Einer neuen Folge, ein Würmeter 2. Was wiegt mehrere Tonnen? Die Ratten-Wirmen, die fliegen an und klingen schrecklich. Aber die Ratten-Aber die Ratten-Leute haben eine verdammt große Glocke. Ich hab auch was verdammt Großes. Auch eine Glocke? Also wenn man dem, wenn man dem Kleriker hier, ne, also mir, mal zuhört, was der so von sich gibt, das ist schon ziemlich witzig teilweise. Diese Glocke wurde von der Überheblichkeit der Menschheit erschaffen. Bla, bla. Ja. So sieht das nämlich aus. Aber das kommt mir hier bekannt vor. Waren wir hier in der Nähe nicht auch in der ersten, im ersten Teil irgendwie? Und im ersten Teil hatten wir nämlich auch eine riesige Glocke, die wir, äh, dingdommen mussten, oder? Ja, aber das war halt in dem, das war halt noch in dem, in dem, sag schon. Da mussten wir halt noch die, äh, Glocke in so einem riesigen Turm läuten, wegen irgendwas. Wegen irgendwas, genau. Ja. Irgendwas schreit hier. Ach, ja, ich... Junge, Junge. Wir haben gerade ein bisschen die Augen gebrannt, ey. Warum? Keine Ahnung, irgendwie. Gerade ein bisschen trocken die Augen. Wie kann das sein? Wie kann was sein? Ah, da kommen sie, da kommen sie. Wir... Springt auch nicht runter. Ich gucke dann mal von hier oben zu, wie die das so machen. Oh, das war's. Cheerio! Ein weiterer Chaoskrieger wurde geläutert. Wow! Den hab ich getötet. Könnt man da Power von 100 an und 30... Da ist ein Haltrang, ne? Ja, ich bin noch voll. Ich brauch ihn nicht. Cyber Titan. Er hat's gemerkt, okay. Die ist Munition. Wer? Team Duda hat dem Spiel bei. Gatling! Ach, die Dings ist weg. Die was? Ähm... Äh, der... Äh, äh... Die was? Die was? Der Level 23er ist weg. Der Feuermager ist weg. Ja, richtig. Kommt gerade ein neuer. Mal gucken, ob es ein Feuermager ist. Nee, ist ein Zwerg. Level 2. Ich bin begeistert. Ach, komm. Als hättest du... Oh, Entschuldigung! Dein niedriges Level kotzt mich an, Zwerg. Das ist scheiß Attentäter, ne? Nichts, was mir auch immer auf den Sack geht. Alter! Was war das denn gerade? Was hat er mich denn da gerade in seinen Clown? Äh, keine Ahnung. Irgend so ein Magier. Das war gar nicht ziemlich strange. Ich habe nur noch halbes Leben. Hallo, wer bist du denn? Ich habe das Schwein gekillt. Warum? Die Frage ist doch, warum nicht? Bei mir lebt es noch. Oh nein! Und er hat ne Keule, die Sau. Oh, ich bin nur noch weggegangen. Warum habe ich das nicht... Ich würde sagen, ich trinke jetzt mal einen Stärketrank und jetzt haue ich dir richtig in die Schnauze. Der Stärketrank bringt es voll. Ja, jetzt haue ich, 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 haue ich. Er ist am Boden. Scheiße, was war das denn gerade? In your head, bitch. Nein! Oh, Leute! Oh, Cyber Titan ist gestorben. Die hängt jetzt irgendwo. Hm, super. Da liegt die Portion. Es riecht dir doch, dass hier ein Folie an rumliegen muss. Den nehm ich. Hast du ihn? Nee. Wo denn? Wie kommt man denn da oben hoch? Hast du sie? Nee. Wie kommt man denn da hoch, ey? Nee. Ja. 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 Schmutz. Ja. 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 Das ist eine sehr gute Frage. Shit. Ja. Und dann noch von so einem Lobob, Alter. Entschuldigung, das war drei und ich hatte nicht mehr viel Leben. Oh nein! Alter! Wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir sie irgendwie retten, ne? Ja. Warte mal, hier geht's hoch. Aber das war's auch schon mit hoch. Ne, warte, hier geht's weiter hoch. Das ergibt doch keinen Sinn. Hä? Ah, ich hab's. Guess Red. War einmal. Geht's nicht hoch? Ne. Ich versteh' ich nicht, wie man da hochkommt. Ich schon. Wie denn? Ich geb' Gott mein Bestes. Einfach den Markt durchqueren. Die Treppe hoch. Ach, er hat sie schon gefunden. Okay. Und uns verfolgen gerade ein paar böse Typen. Nur ein paar? Oh nein, da ist er wieder. Oh fuck! Wie kann der denn, der Fettsack, ey? Ja, der politiziert sich plötzlich dahin und dann zieht er mich weg. Nein, der zieht mich weg. Oder schubst er mich weg mit seinem... Zauber. Genau. Ganz komisch. Ganz komisch. Das leuchtet grün. Das gehört mir. Alles beides. Ich bin so ein Folianten mal ganz geil. Da ist noch ein... Da ist noch ein... Stärke trank? Ne, tankte Konzentration. Das ist ja nicht... Wolle nicht unbedingt. Oh, ein Grimaldor. Hast du den eingesagen? Nein, nein. Dann war das mit der Zwerg, der jetzt irgendwann auch mal zu uns kommt. Alter! Wann macht der der? Irgendwer hat Gasnotte geschrien. Ich seh das Gas auch, aber... Der Dödelkopf braucht hier so lange. Was ist denn denn nur? Oh, Gassenläufer. Ich bin da. 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 Die Todes nicht in Helmgardt sind. Die Räume sind so sicherlich wie vorhin. Da ist er endlich, dann können wir jetzt weiter, ja? Sind uns wenigstens alle beisammen, ja. Warten wir einfach mal bis ein paar Horden kommen, ich habe noch eine Bombe. Jetzt zum Beispiel. Ich habe auch noch eine. Warte, bist du ja in der Reihe, seid meinen Richtspruch zu erfahren, Ketzer. Läuft bei dir. Geil, Troll. Der kommt ja. Geil, Troll. Boah, ich muss mal ein bisschen zur Seite, Leute. Oh. Ach, jetzt renne ich weg, ich habe gerade einen Stärketrank genommen. Ja, das war auch mein Verdienstbestimmt, dass der jetzt gestorben ist. Habe ich gerade Ammonation verstanden? Ja. Wo denn? The best Ammonation in the world. Boah, geil, Haltrank. Farsch mich nicht, Mann. Alter, weißt du, wie viel ich in den reingepfeffert habe? Ja, hast du mir mein Leben angeguckt? Ja, das ist, äh... Ein Argument, oder? Warte. So, bitte sehr. Oh, cool. Danke. Ja, Moment, während du trinkst. Up there. Ich gehe hier lang. Ich gehe hier lang. Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Danke. Ich bin mal so frei und werde mal unseren Zwerg heilen. Zwerg bleibt stehen. Er wird alles tun, nur nicht das wahrscheinlich. Oh, eine Stärke dran. Das war unbeabsichtigt. Das war unbeabsichtigt. Das habe ich ein... Neun. Ich darf das fast also auch überhaupt nicht anhauen, dann geht's hoch. Warum auch immer. Hallo, wenn du mit Teil, wenn du schaffst, mit Teil gegen Holz schlägt, wird's funken, ist so klar. Ja. Absolut. Sehr gut. Kennst du Physik, Junge? Ja. War ich in der Schule geschlafen. War ein gutes Fach. Hat mir immer sehr viel Erholung verschafft. Hinter uns, Barretts. Hörst du einmal kurz? Oh, die Superglocke. Oder okay, doch nicht. Nimm's zurück. Dann scheint hier lang. Zerstört die Superglocke. Die Frage ist, wie zerstört man die Glocke? Ach, die Halterung müssen wir lösen, ich verstehe. Ja. Dann fallen den Lateren. Ah. Ja! Da. 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 Ja, natürlich. Und auch wieder so ein Dingsgleich. Ich bräuchte mal Ammonition. Scheiße. Ja, genau. Der, der, der Dings. Den mein ich. Genau so ein Typ wie ist da wieder mit rausgelaufen. Alter. Wenn er dich hier in die falsche Richtung rauskatapultiert, ne? Ja, klar. Ich hänge mal ein bisschen ab. Und tschüss. Schade, es war eine Bombe. Ich beobachte euren hellenlaffen Kampf aus der Ferne. Ich habe noch versucht, ihm auszuweichen. Das finde ich eigentlich kacke. Das ist überhaupt nicht gewirkt. Also ich bin ausgesucht. Aber er hat mich trotzdem irgendwie noch mit so einem Rundum-Hit erwischt. Genau der. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oh, bei mir die Verbandskasse. Barrett? Ach ja, ich kann die beiden nicht wiederbeleben. Guckst du nicht ran, oder was? Boah, sehr nice gerettet, boy. Jetzt dürfen sie mich mal retten. Ja, dann müssen sie sich über entscheiden, wer was macht, ne? Ja, genau deswegen. Jetzt heilen sie. Schnell, 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 schnell. Sehr nice. Und verteilt, verteilt. Nicht alle auf einmal erwischen lassen. Einer lenkt ab, einer hält. Was war das denn gerade? Bitte, ey, weißt du? Ich dachte, der schlägt und ich blocke. Und dann rammelt der mich da so an, ey. So, jetzt haben wir auch was. Wir müssen dich mal irgendwie finden. Ja, ich weiß, wo ich bin. Ich bin am Ende von der Hilfe. Ich glaube, wir kriegen das hin. Glauben wir auch. Heil ihn. Heil ihn, Heil ihn, Heil ihn, Heil ihn. Steht mit dem Rücken zum Atten. Lauf! Scheißenreck, alter. Okay, das ist jetzt kacke. Das ist jetzt richtig kacke. Tschau. Das ist ja lächerlich. Das ist richtig lächerlich. Das ist ja richtig lächerlich. Alter. Also das macht schon Frust, ne? Das macht richtig Frust. Und dann ohne Checkpoint halt, ne? Alter, es reicht nicht mal für sieben. Lächerlich. Na gut, äh, schmeißen wir die Folge weg oder machen wir nur ne neue Folge? Mal ne neue Folge. Also schmeißen wir die Folge nicht weg? Nein. Gut, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, liebe Freunde. Ciao. Sonst, jetzt sei ich nicht so. Ich hab kein Bock auf das Level. Okay, Kinderchen. Tüdelü. Bis morgen. Bis, nicht bis morgen. Bis zum, bis zur nächsten Folge. Tschö.